Hey Leute, habt ihr das Set mit den coolen Sachen für Männer verpasst? Da habt ihr es. Es ist also etwas für diejenigen dabei, die auf Minimalismus und Klassiker stehen und etwas sieht komisch aus, nehme ich mit. Vielleicht interessieren euch ja auch ein paar Trageoptionen und wirklich praktische Geräte. Alle Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Du brauchst keinen riesigen Lautsprecher, um satten Sound und richtig tiefe Bässe zu bekommen? Der Stormbox Pro Lautsprecher von Tribbit liefert das alles, trotz seines kompakten und leichten Gehäuses. Er verfügt über zwei Mittelhochtontreiber zusammen mit einem dezidierten Subwoofer. Genieße den lauten und kristallklaren Sound mit fast null Verzerrung. Auch gute Bässe sind dank der speziellen X-Base-Technologie garantiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Konnektivität. Die Stormbox Pro unterstützt das neueste Bluetooth 5.0 und verwendet den Qualcomm QCC Bluetooth-Chip, sodass Lazenzen und Pairing-Probleme bereits der Vergangenheit angehören. Außerdem kann der Lautsprecher mit zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig verbunden werden. Wenn der einzelne Lautsprecher nicht ausreicht, kannst du ihn einfach mit einem anderen koppeln und erhältst einen noch lauteren Stereo-Sound. Darüber hinaus ist die Stormbox Pro nach IP67 zertifiziert, was bedeutet, dass sie bis zu 1 Meter wasserdicht ist. Der 10.000 mAh Akku ermöglicht 24 Stunden Betrieb mit einer einzigen Ladung. So kannst du Tag und Nacht feiern. Schau dir den Link unten an, um mehr über den Tribit Stormbox Pro Lautsprecher zu erfahren. Stehst du auf stylisch und ausgefallene Messer? Dieses hier ist ein absolutes Schmuckstück. Das erste, was dir auffallen wird, ist diese wunderschön geschwungene dreischneidige Klinge. Die Löcher in der Mitte sind absichtlich gemacht, sie reduzieren das Gewicht und machen das Messer ausgewogener. Vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt, ist dieses Ding so robust, wie es aussieht. Außerdem verfügt es über einen strukturierten Griff, der einen soliden Grip bietet. Es gibt noch ein Loch für dein Schlüsselband, aber das ist nicht alles. Du kannst die Kappe tatsächlich abschrauben und hast Zugriff auf ein ziemlich großes Hohlfach. Alles, was du dort hineinlegst, wird sicher und trocken sein. Das Messer kommt mit einer schönen Hülle aus anodisiertem Aluminium. Es gibt mehrere tolle Farben, aus denen du wählen kannst. Hier ist etwas viel Kompakteres, aber nicht weniger Beeindruckendes. Die ausgefallene, klauenartige Form verrät dir sofort, dass es sich um ein Karambitmesser handelt. Dieses Ding ist so klein, dass du es problemlos entweder in der Tasche oder sogar an einer Halskette tragen kannst, da die Hülle im Lieferumfang enthalten ist. Dank des ökonomischen Griffs und des Rings an der Oberseite liegt das Messer perfekt in deiner Hand. Außerdem kannst du in der gleichen Hand noch einen anderen Gegenstand halten, zum Beispiel eine Taschenlampe. Die Klinge ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und besticht durch ein tolles Satin-Finish. Aber am wichtigsten ist, dass sie verdammt scharf ist. Hier ist ein weiteres Multitool, das nicht zu viel Platz in deiner Tasche einnimmt. Es vereint eine Reihe von Imbusschlüsseln, einen Splintentreiber, eine Messerklinge, mehrere Schraubenschlüssel, einen Flaschenöffner und das ist noch nicht alles. Alles Werkzeuge aus rostfreiem Stahl sind wirklich einfach zu erreichen und rasten dank des Schnellverschlusses ein. Das Holster sichert den Hauptrahmen mit Werkzeugen und Tensilien. Es beherbergt auch ein Set von Bits. Eine solche Lösung reduziert übermäßigen Platzbedarf. Das Holster selbst dient als Bittreiber und bietet eine stabile Hebelwirkung. Das Zubehör ist in verschiedenen Farben erhältlich und verfügt über einen Clip, sodass du es entweder am Gürtel tragen oder an deiner Rangebag befestigen kannst. Wo auch immer du hingehst, das benötigte Werkzeug wird leicht zugänglich sein, wenn unerwartete Dinge passieren. Nun, es gibt Funktionswerkzeuge, Multifunktionswerkzeuge und es gibt dieses. Eine Kombination von 10 Werkzeugen in einem. Das Gerät ist etwas größer als ein Schraubendreher, aber es kann so viel mehr. Übrigens, sowohl der Hammer als auch zwei Arten von Schraubendrehern sind tatsächlich eingebaut. Auch eine Zange und ein Flaschenöffner stehen auf der Liste. Es funktioniert genau wie das Taschenmesser. Alle Werkzeuge sind versteckt, bis du sie brauchst. Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Holz ist dieses Ding robust und für verschiedene Outdoor-Aktivitäten geeignet. Okay, wie viele Versuche und verbrannte Finger brauchst du normalerweise, um ein Feuer zu entfachen? Mit diesem kabellosen Feuerstarter zündest du deinen Holzkohlegrill schnell an, ohne dir die Finger zu verbrennen. Die Fackelflamme entzündet innerhalb von 60 Sekunden ein Feuer ohne Papier oder andere Dinge, die normalerweise eine Menge Schmutz hinterlassen. Wechsel dann einfach in den Gebläse-Modus und lass das Feuer größer werden. Der verstellbare Griff und die LED-Taschenlampe helfen dabei, die Flamme bequem in jeden Grillkamin oder jede Feuergrube zu richten. Der Lauf bleibt kühl und die Kindersicherung sorgt für den Schutz vor ungewollten Anzünden. Die Kirsche auf dem Sahnhäubchen, es gibt einen Flaschenöffner. Handtaschenlampen funktionieren großartig, aber sie können in manchen Situationen unbequem sein. Diese am Handgelenk befestigten Lichter sind eine hervorragende Alternative zu den am Kopf befestigten Lichtern. So verfügt diese spezielle Option über drei Helligkeitsstufen. Die spezielle Optik formt die LED-Leistung perfekt zu einer breiten, blendenden Lichtwand, die ein gut ausgeleuchtetes Sichtbild bietet und das Gerät perfekt für die Selbstverteidigung macht. Zwei Schalter an den beiden Seiten machen die Bedienung extrem einfach. Das Handgelenklicht ist wiederaufladbar, sodass man sich keine Sorgen um die Batterien machen muss und die eingebaute Tankanzeige zeigt die verbleibende Batterieleistung an. Das aus eloxierten Aluminium gefertigte Gerät ist sehr langlebig. Es gibt auch einen Premium-Zeitmesser, der leuchtet und somit perfekt für schlechte Lichtverhältnisse ist. Du kannst aber auch eine etwas schlichtere Version ohne Zifferblatt wählen. Es ist eine Frage der Wahl. Wenn du dich in unvorhersehbaren Bedingungen befindest, brauchst du die beste Ausrüstung für dich. Hier ist sie also. Eine perfekte Kombination der wichtigsten Werkzeuge, die du im Freien brauchen könntest. Eine Axt, ein Hammer und ein Spaten zusammen mit dem Griff, der ein Messer und eine Säge hält. Das Ganze ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Aluminium in Flugzeugqualität. Rostfreier Stahl und Titan. Das Werkzeug wurde unter härtesten Bedingungen getestet. Es ist praktisch unbesiegbar. Außerdem liegt der ergonomische Griff sehr gut in der Hand und sorgt dafür, dass es nicht wegrutscht. Kaum zu glauben, dass dieses Ding mit all diesen Werkzeugen im Inneren nur 1,5 Kilo wiegt. Außerdem bekommst du ein paar tolle Zusatzteile für müheloses Tragen, Schnellverschlussholster und ein Softcase mit Schultergurt. Es gibt nie zu viele Multitools in deiner Tasche. Vor allem, wenn sie so handlich und zuverlässig sind wie dieses hier. Zunächst einmal ist dieses Ding eine Kombination aus 3D gedruckten Details und lasergeschnittenen Edelstahlplatten. Das Set an eingebauten Werkzeugen beinhaltet alles, was du zum Überleben im Wald brauchen könntest. Die helle Taschenlampe und der Kompost sorgen dafür, dass du dich nicht verirrst. Wenn du eine Pause machen willst, kannst du einfach den Feueranzünder herausziehen und den intrigierten Flaschenöffner benutzen, der auch als Sechskantschlüssel dient. Obendrein verfügt das Gadget über einen kleinen Schaber sowie eine Schneide und einen Schlitzschraubendreher. Dank des großen Karabiners kannst du das Tool ganz einfach an deinem Rucksack oder Gürtel befestigen. Es gibt einen kleinen Ring für deine Schlüssel. Du weißt nicht, wie du all deine Schlüssel, Werkzeuge und andere Dinge transportieren sollst? Ein guter Karabiner löst das Problem. Hier sind ein paar der stylischsten und funktionellsten für jeden Geschmack. Erstens sind sie alle aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt. Messing, Titan und Edelstahl. Die Größe und Form ist bei allen Modellen unterschiedlich. Einige sehen aus wie ein kleiner Schäkel, während die anderen etwas schwerer und dicker sind. Was diese Karabiner wirklich praktisch macht, ist der leichtgängige Mechanismus, mit dem du alle deine Sachen schnell befestigen kannst. Eine andere Sache, die du vielleicht brauchst, ist dieser kompakte Schlüsselanhänger mit einem lustigen Totenkopf drauf. Diese Option kommt mit einer zusätzlichen Messingbox, in der du Pillen und Bargeld sicher aufbewahren kannst. Dies ist der einfachste Weg, deine Taschen zu befreien. Das ist wohl kaum das beeindruckendste Messe, das du je gesehen hast. Aber es ist trotzdem modern und handlich. Das Design ist sauber und einfach, wie es nur geht, ebenso wie die Bedienung. Das Messer verfügt über einen leichtgängigen Öffnungsmechanismus, der es erlaubt, es mit einer Hand zu bedienen. Das schöne Fingerloch sorgt für einen guten Griff. Du wirst die Kombination aus hochwertigen Materialien zu schätzen wissen. Titan für den Griff und gehärteter Stahl für die Klinge. Für das Finish gibt es drei verschiedene Optionen. Perlgestrahlt, steingewaschen und mit dunklem Titan beschichtet. Das Messer gibt es auch in zwei Größen. Beide sind sehr kompakt und lassen sich leicht in einer Jeans-Tasche tragen. Wann immer du es brauchst, es ist sofort zur Hand. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wozu dieses komische Ding dient. Nö, es ist kein Folterinstrument. Aber eigentlich ist es nur ein extrem ungewöhnlicher Spike, der in dieser Scheide versteckt ist. Wie du sehen kannst, ist dieses Ding komplett aus einem massiven Stück Messing gefräst. Abgesehen von den Spikes sind tatsächlich alle aus rostfreiem Stahl. Es ist ziemlich klar, dass du dieses Ding nicht im Alltag benutzen wirst. Es ist eher ein Sammlerstück. Deshalb liegt dem Paket auch ein schöner Holzständer bei. Deine Gäste werden beeindruckt sein. Hier ist eine perfekte Option für alle, die ein klassisches Multitool für alltägliche Aufgaben brauchen. Mit einer traditionellen Faltkonstruktion kombiniert dieses Ding 15 verschiedene Werkzeuge in einem schlanken und leichten Körper. Dies sind die am häufigst verwendendsten Werkzeuge. Zwei Schraubendreher, zwei Schraubenschlüssel und ein Satz von sieben Sechskantschlüsseln in verschiedenen Größen. Zusätzlich bietet dir das Ding eine leistungsstarke LED-Taschenlampe, einen dezidierten Sterntreiber und einen Nagelabzieher. Das Ganze ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und auf Hochglanz poliert. Es kann einen ganzen Werkzeugkasten ersetzen.